Wir sind voll gearscht. Das Buch ist aus der Schublade verschwunden. Meine Eltern müssen's gefunden haben. Was? Wieso wir? Die glauben, du hast's geschrieben. Hey, ich spiel doch nicht den Prügelknaben für euch. Wir haben's zusammengeschrieben. Wenn ich dran bin, ist noch jemand mit mir dran. Und wenn ich dran bin, ist Cartman mit dran. Und wenn ich dran bin, sind Kyle und Kenny definitiv auch dran. Irgendjemand muss auf jeden Fall dran glauben. Na, Bartas, wie steht's? Oh, hi, Jungs. Ich guck mir grad die Kardashians an.